Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Online-Training hier in der Leichtathletik. Heute haben wir euch ein paar Inspirationen für das Sprinttraining zusammengestellt. Die Übungen könnt ihr am besten auf Park- oder Waldwegen durchführen. Wärmt euch also gut auf und achtet immer auf eure Sicherheit, gerade wenn der Weg nass oder rutschig sein könnte. Viel Spaß mit den Übungen! Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.